Thomas berichtet den Betreibern von seinem Gespräch mit dem Bürgervorsteher. Die Situation ist schwierig. Wenn die Gemeinde den Vorschlag mit dem neuen Unternehmensmodell nicht annimmt, wird es richtig eng. Die Schließung des Krogs wäre dann nicht ausgeschlossen. Zeit für ein Experten-Update, um die aktuelle Situation des Ehepaars zu analysieren. Also die brauchen jetzt einen ordentlichen Motivationsschub, nochmal von Frank oder von Miriam. Die müssen jetzt schon, die müssen jetzt ein bisschen mitgenommen werden. Es war viel Input die letzten zwei Tage für sie. Es ist klar, dass die jetzt so in einer Situation sind, wo die nicht so recht wissen, geht es nach links oder geht es nach rechts weiter. Hallo Miriam, hallo Frank. Ja, ich bin jetzt gerade raus aus dem Gespräch mit den beiden. Ich habe dem jetzt mal eine Denksportaufgabe mitgegeben. Variante eins, sie werden Angestellte der Gemeinde. Und die zweite Option ist, dass es halt für Christian und Steffi halt gar nicht weitergeht. Diese Option muss man leider auch jetzt mal in Betracht ziehen. Am Ende des Tages entscheiden die beiden. Wir können ihnen nur Mut, wir können ihnen nur Kraft geben und sie motivieren und sie so ein bisschen aus dieser Lähmung rausholen, die letztendlich die Krise verursacht hat. Nach dem Marketinggespräch gestern habe ich mir auch noch viele Gedanken gemacht. Ich würde es trotzdem gerne mal probieren. Dass man vielleicht diese Menüabende versucht, mal schaut, ob es angenommen wird und dann wirklich vielleicht entscheidet, welche Lösung dann auch mit dem Know-how vom Bürgermeister vielleicht die Lösung sein könnte. Ich mache Folgendes. Ich werde gleich noch mit ihm eine Runde kochen, weil wir wollen ganz klar noch gucken, wo steht der Krug eigentlich kulinarisch? Für was steht der? Das muss er mir noch zeigen. Ich habe ihn noch gar nicht kochen gesehen, das interessiert mich sehr. Und in dem Rahmen werde ich auch noch mal mit ihm reden und da auch noch mal ihm Mut zu sprechen und auch zu sagen, dass er jetzt ein Führer, ein Macher und hier niemanden im Stich lässt. Da muss er einfach über sich hinauswachsen. Ich finde, er kann es schaffen, nur er muss halt machen, wie man so schön sagt. Und Frank, wir brauchen diese positiven Inhalte aus der Küche, dass wir sie nach draußen in die Kommunikation bringen können. Dass wir das Ding nach vorne schieben. Gut, so machen wir es. Danke. Danke. Positive Inhalte, ganz, ganz wichtig. Die müssen wir hier, das ist die Message, auf jeden Fall vertreten. Ich sage mal, aufgeben können die beiden selbst. Es wird immer weniger Maßnahmen geben und wenn er jetzt aufgibt, dann kann es sein, dass er sich das nicht verzeihen kann. Und von daher werde ich alles tun, damit er sich entscheidet, was er zum Arbeiten ist. Ich finde, es ist eine ganz, ganz große Chance in schwierigen Zeiten, aber da muss man eben richtig gut sein. Die erwähnten positiven Inhalte will Frank Rosin direkt an Christian weitergeben. Gerade in Krisenzeiten heißt es, jedes Gericht muss durch Top-Qualität überzeugen, um Gäste ins Lokal zu locken. Jetzt erst recht. So, mein Lieber, wir brauchen eine hieb- und stichfeste kulinarische Idee. Die Menschen müssen im Umkreis und im Ort wissen, für welche Kulinarik du stehst. Was würdest du mir zubereiten, wenn du jetzt für mich kochen würdest? Also jetzt gerade würde ich dir das Connableu, was bei uns quasi... Hast du das schon vorbereitet? Ja, du mach mal. Ich will es mal sehen. Okay. Ein Dauerbrenner im Krog. Ja, also warum das Connableu so gut läuft, das ist eine gute Frage. Und das hat sich einfach so ergeben. Machen wir mal Connableu, testen das raus und das ist jetzt halt der Renner geworden. Und deswegen kommen die Leute auch hierher. Was ist das jetzt für ein Paniermehl? Das ist Panko-Paniermehl. Ja, und? Und ein bisschen vom Bäcker-Paniermehl, ich mische das ein bisschen. Aber getrocknetes Paniermehl. Genau, richtig. Hast du einen Mixer? Mix mir mal das Brot, ja? Ich versuche gerade herauszufinden, was die kulinarische Visitenkarte hier sein kann. Da geht es nicht darum, was, sondern... Frank Rosin will Christian aus der Reserve locken. Okay, pass auf. Ich liebe diese Küche. Das ist die Küche meines Lebens. Da bin ich mit groß geworden. Da habe ich früher mit gearbeitet. Und es gibt in der Kulinarik nichts, was es nicht geben darf. Es muss nur richtig zu Ende gedacht sein. Und ich möchte, dass du alle Speisen, die du demnächst anbietest, so zu Ende denkst, dass sie für das Markenbewusstsein ein Zeichen setzen. Dass die Menschen einfach sagen, hier gibt es den besten Zander. Oder ich habe gerade noch ein bisschen Scholle mitgebracht. Hier gibt es die beste Scholle. Ja, es muss immer das Beste sein. Okay, pass auf. Wir haben hier noch ein Stückchen. Genau. Gut. Hier ist der Heuer. Hier kann ich das hier prügeln. Ja. So, die Folie nehme ich, damit ich das Fleisch nicht zerfetze. Jetzt haben wir die verschiedenen Schinkensorten hier. Der ist so ein bisschen angeräuchert. Pfanne auf. Jetzt bretst du mir den eben kurz an. So, dann haben wir hier die verschiedenen Käsesorten. Ich habe hier einen schönen alten Gouda. Oder hier der ist noch älter. Und das ist für mich zum Beispiel auch Signature. Genau den richtigen Käse finden. Der in der Deftigkeit, wie dieser alte hier jetzt zum Beispiel, ja auch noch Salz gibt und Umami. Natürlich ist guter Maß. So, in der Zeit, wo du das machst, gucke ich mir deinen Jogi mal an. Also, da ist schon meines Erachtens der Fehler, dass der Käse zu dick ist, ne? Ja, vielleicht wird schon ein ganz, ja gut. Er kann nicht schmilzen, ne? Siehst du selbst, ne? Ja, sonst habe ich das eigentlich nicht mehr. Gut. Jetzt soll gerade das leicht. Ich hätte da etwas mehr, dass das ein bisschen mehr, etwas weicher wäre. So, jetzt gehen wir hier hin. Jetzt nehmen wir diesen Schinken. Und du wirst schon hier schmecken. Beiß mal rein. Warum ich das will. Er wird dann intensiver. Ja, genau. Wenn man mit jemand anderem zusammenarbeitet, nimmt man natürlich die Sache mit. Und das bringt auf jeden Fall was. Jetzt machen wir da mal richtig Musik dran. Raus aus der Schockstarre, um auch dem Dauerbrenner ein kleines, aber schmackhaftes Upgrade à la Rosinen zu verpassen. Wunderbar. Kann man schön nachmachen, auch für zu Hause. Eine ganz einfache Geschichte. Und auf kabel1.de das Rezept. Und alle anderen Tippen. Wir haben da ganz viele Rezepte für euch. Einfach mal drauf gehen. Da ist die Welt des Kochens einfach mit dem Rose. Mega. Nun zum Toastbrot-Panko-Mehl-Mix. Das gefüllte Schnitzel durchs Eigelb ziehen und in der Paniermischung wenden, um das Ganze dann in Butterschmalz auszubacken. Was ich machen möchte, ist keine Belehrung. Nee, alles gut. Sondern, dass du einfach nur denkst, guck mal. Ja, geht doch besser, ne? Anders. Anders, genau. Abschließend das heiße Fett mit einem Löffel über dem goldbraunen Cordon Bleu verteilen, abtropfen lassen und Pfannen warm servieren. Mh. Aber der Ficken ist schon, das bringt ordentlich was. Gar nicht. Dann hat man die Möglichkeit, mit dem Zwei-Sterne-Koch mal zusammenzuarbeiten, mal zu schnacken, mal irgendwie was zusammen zu kochen und auszuprobieren. Jetzt haben wir da noch ein Stück Fisch. Machst du Scholle? Machst du auch Scholle? Hin und wieder. Also je nachdem, was wir gerade haben. Wir haben gerade das Kabeljau, wir haben auch schon Scholle. Zunächst ein schönes Kotelett aus der Scholle schnitzen, um selbige dann ordentlich zu salzen. Und schon kann der Plattfisch bei milder Hitze von beiden Seiten angebraten werden. Du kannst den Fisch ja auch hier überall essen, aber du kannst ihn ja auch mal so anbieten, dass die Gäste merken, dass du dir Gedanken machst. Die Scholle bekommt nun Gesellschaft von halbierten Tomaten, gewürfelten Schalotten und frischem Knoblauch. Der Sterne-Koch ist in seinem Element. Macht Spaß, weil er so wispigiert ist. Am Ende des Tages wird er heute Abend im Bett liegen oder wird er in die Küche gehen und sagen, scheiße, jetzt bereite ich morgen alles alles neu vor. Jetzt den Fisch mit trockenem Weißwein ablöschen. Schollenkotelett mit geschmolten Tomaten, Vino Blanco, Beur Blanc, Echalot und dann Rambazamba, meine lieben Freunde. Von Flensburg bis München und alles ohne Punkte. Ah, den musste ich einfach bringen. Zu guter Letzt eine Butterflocke in die Pfanne geben, um das Schollentier zu aromatisieren. Nun kann das Kotelett mit frischen Kräutern angerichtet werden. Voila. Ja. So. Kräuter dabei ein bisschen drauf machen. Ja, da ist ein Power drin. Das schmeckt, ne? Das Schollensteak habe ich so noch nicht gesehen. Ich finde eine geile Idee und das werden wir auf jeden Fall so, hat er gesagt, dürfen wir ja auch von dem übernehmen, auch mit dem nichts anbieten. Das hat mir richtig gut gefallen. Das war gut. Riecht voll gut hier. Ja. Ja, wir haben gut gekocht zusammen. Ich glaube so ein bisschen, ist es angekommen? Definitiv, ja. Doch, sind Anstürze da und da werden wir drüber nachdenken, da Plagerichte aufzuwerten oder zu verändern. Habt ihr auch so ein bisschen schon mal gesprochen über diese Themenabende, die wir gestern Abend angesprochen haben? Bisher noch nicht, kommen wir wahrscheinlich noch zu, aber, ne? Dann lass uns doch auch noch mal zusammensitzen. Ja, gerne. Gehen wir das noch mal durch. Ja, wir sehen uns. Ciao.